ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer allerersten folge magic the gathering arena ja leute wie geht denn das jetzt hier unfassbar der herr gleich der herr gleich das erste mal dass ich magic the gathering seit 25 ich habe das letzte mal magic the gathering vor 25 jahren gespielt und ich bin gerade total irritiert ich muss hier ich mache mich mal ein bisschen kleiner hier unten so alles klar gehen wir dir zurück das kann ich noch mal planes spielen das wäre das hier das könnte ich machen ich habe ja nur diese beiden schwein die nächste das nächste land aus und ich bin noch ein schwein ja der kann angreifen ganze morning sickness ich habe nur mit dem einen angreifen jetzt hier so ok also wer es nicht kennt magic the gathering ist der urvater der card collecting games eins der allerersten wenn ich sogar das erste card collecting game das es jemals gab was kommt er denn da jetzt los treetop waren und hier auch nur ein ganz normaler elf warrior und ich habe hier den loxodon line breaker ok ja mache ich jetzt auch alle die gehen und wenn er eventuell lockte noch mal aber dann wäre sein treetop worden auch kaputt so die beiden bekämpfen sich jetzt gegenseitig zwei handgriff gegen zwei verteidigung gehen beide ja schafft es denn der herr gleich ich meine alter vater nache vor 25 jahren das ist ein großes problem sagst du ja das ist mir schon klar dass er das machen würde aber nur eine würde er dauernd bekommen das problem wäre allerdings danach würde er die nächste auch down bekommen und deswegen macht das aktuell keinen sinn mit was kommt denn jetzt 88 den muss ich jetzt blocken weil sonst wäre ich ja allerdings mache ich das mit dem schreinkieper weil der schreinkieper ein blocker ja ein blocker ein small bridge ja target tapped oh das ist natürlich geil take vengeance so das heißt ich kann jetzt hier diese karte jetzt gerade getappt ist ja das will ich ja wohl auch hoffen und jetzt kann ich meinen angriff durchführen ja eine tecker so jetzt hat er nur noch ein einziges leben und erster das constitut wir haben beide toughnests 2 das heißt ich kann jetzt beide tappen Ja, bedeutet, ich drehe die um, dann können die nicht mehr verteidigen und jetzt kann ich mit dem hier direkt angreifen. All Attack, One Attacker, fertig. Also, diese Magic the Gathering Version gefällt mir mega, mega gut aktuell. New Cards Unlocked, Versavision Spiritual, Guardian, when you enter the battlefield you gain 4 life. Ahaha, okay. Gut, machen wir dieses Match jetzt auch schnell. Ready. Mirbo. Surprise Attack. Da haben wir auch die klassischen 20 geben jetzt. Was? Was waren das jetzt hier? Oh, der kann gleich angreifen. These things are basically harmless. Der kann gleich angreifen, sobald er tatsächlich... ...ausgespielt wird. Und da kommt noch so ein Drecksvieh. Das kann er nochmal gleich angreifen und noch eine, bis wir verarschen. Okay, maybe worry, just a little bit. Okay. Aha! Second Blood! Okay. Oh, play? You need a mounted defense. Ich habe ja nur die Shrine Kiefer, was soll ich aktuell machen? Ich könnte einen theoretisch davon blocken, wenn er jetzt gerade wieder angreift, mit den ganzen Dingen. Wenn wir den mittleren jetzt mal hier... One Blocker, ich habe leider nur einen, was soll ich machen? Was kommt denn da jetzt? Kann ich nicht mehr spielen, ne? Ja, ist ja gut, was soll ich machen? Ich kann es jetzt nicht ändern. Was ist das hier? Sanctuary Cat, was hat denn die Verwerte? 1, 2. Ist auch nicht gerade so berauschend. Gut, aber definitiv habe ich jetzt schon nochmal drei... drei Karten ausgespielt. Ja. Jetzt greifen alle drei an. Ich müsste jetzt tatsächlich versuchen, hier mal diesen Goblin Bruiser wegzubekommen. Bedeutet, ich werde hier diese Sanctuary Cat spielen. Ich werde den hier spielen. Und dann werde ich den einen damit blocken. Dann bleibt noch ein davon übrig. Von denen. Doch, ich kill sie. Was kommt denn jetzt? Alter, willst du mich verarschen? Okay, jetzt habe ich nur noch acht Leben. Das ist nicht so schön. Man kriegt jetzt gerade nur Planes hier raus. Und dann greif ich mit allen gleichzeitig an. Sag mal, erstmal war ich auch schon mal... Wir sind was runtergezogen. Mit was kommt denn jetzt? Okay. So, das ist schon mal nicht schlecht. Dann kriege ich zumindest schon mal vier Leben wieder zurück. Wenn der gecastet wird. Ja, jetzt warten wir. Er greift jetzt wieder an. Den hier blocke ich damit. Den blocke ich damit. Er spielt halt wirklich nicht gerade flug. Also das ist jetzt wirklich nur zum Einspielen. Ja, was willst du denn machen? Was kommt denn jetzt? Ogre Pain, Big Bringer. Ah, okay. Na gut, aber er macht sich ja selber auch Schaden damit. Ja. Das Gute daran ist, hier kriege ich aber vier Leben wieder zurück. Der hat sich selber Schaden gemacht und ich kriege vier Leben zurück. So, jetzt habe ich die ganz andere Position. Er kann zwar jetzt blocken. Er würde wahrscheinlich mein Spiritual Guardian stattmachen. Aber ich werde jetzt mit allen angreifen. Und habe dann immerhin... Da hat er nur noch vier Leben. Ja, ist alles gut. Ah, den blockt er. Okay, das war natürlich von ihm nicht sehr geschickt. Aber egal. Ja gut, ich muss jetzt mit dem blocken. Bleibt mir ist ja noch süpisch, aber dann ist er auch weg. So. Wieso sollte ich aufgeben? Okay, das ist gut. Nö, du hast jetzt ein Problem und jetzt hat sich die Sache erledigt. Das ist gut. Ja. Damit bist du down, mein Freund. Victory. Schafft's gleich. So, das ist jetzt Stufe 2 gewesen. Moon Cards Unlocked. Knight's Pledge. Angelic Reward. Die kenne ich auch noch von früher. Und Flying. Das ist natürlich mega geil für die Leute, die es nicht wissen, was es bedeutet. Damit kannst du... Also kannst du... Du kannst... Du kannst natürlich... Da kannst du natürlich dann einer Kreatur die Eigenschaft Fluch oder Fliegen geben. Und damit ist er dann nur noch mit fliegenden Kreaturen blockbar. Das ist natürlich mega geil. Schauen wir mal, was passiert. Ja, ist ja gut. Oh, blau. Blaues Deck. Es gibt fünf Farben. Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß. Und der hat natürlich... Das ist natürlich jetzt übel, weil der hat jetzt gerade diese fliegenden Kreaturen. Und da kann man natürlich jetzt herzlich wenig erstmal dagegen machen. Wenn er allerdings damit blocken würde, dann könnte ich sie besiegen. Ja. Finde ich weniger schön jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Kann ich es dagegen gerade machen. Natürlich den da stärker machen. Ja klar, mein Freund. Jetzt greife ich mit denen an. So, wenn du angreifst, kann ich auch angreifen. So. Ich kann den sowieso nicht blocken. Das ist das Problem aktuell. Was erzählst du hier? Hast du eine Macke? So, Loxodon Breaker. Nächste Karte, die ich ausspielen kann. Mit der kann ich immer hin. So, ich greife jetzt nochmal an. Aber es bringt mir nix. Es bringt mir nix. Es bringt mir jetzt gar nix. Weil... Was soll ich damit machen? Dieser Shore Combat Grab, die würde das blocken. Und down kriege ich sie eh nicht. Das heißt, ich brauche auch gar nicht anzugreifen. Macht keinen Sinn. So, mit was kommt denn jetzt? So, jetzt sieht die Sache natürlich schon ein bisschen anders aus. Ich wollte es erstmal ein neues Leben. Würde ich mal fast sagen. Ich kann den noch nicht ausspielen. Ich habe bis jetzt nur vier. Fünf bräuchte ich hier. Den Loxodon Line Breaker hat er getappt. Meine Sanctuary Cat. Ja, die kriegt jetzt den Bonus von mir. Hier drauf. Damit wird die jetzt nochmal stärker. Und dann greife ich mit der an. Ja. Und dann ist jetzt erstmal dieser... Der da ist jetzt erstmal weg. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Der wird jetzt wieder angreifen. Kann ich jetzt leider gerade nicht ändern, aber... Ja, halt die Klappe. So, jetzt kann er zwei Karten ziehen. Okay. Schön, würde ich... Jetzt kommt er wieder mit so einer Scheiß. Crap da an. Aber jetzt kann ich endlich auch meinen... Hier kriege ich jetzt vier Leben mit hinzu. Und greife jetzt mit allem an, was ich habe. Aber wie kriege ich dieses Antapter weg? So. Der greift wieder an. Ich hasse diese Flugeigenschaft. Das ist wirklich schnitten. Was haben wir denn jetzt hier? Oh. So, jetzt haben wir natürlich hier eine richtig krasse Geschichte eigentlich am Stab, ne? Weil jetzt könnte ich... Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten für mich. Ja, ich mache das jetzt mal hier auf diesen Spiritual Guardian. Der Titanic Pelago Saur ist nicht stark genug, meine Sanctuary Cat Platz zu bekommen. Ja, aber ich kann jetzt damit angreifen. Ja, und das mache ich auch so. Und dann ist er auch schon fast down. Viele Möglichkeiten dann jetzt nicht mehr. Er wird jetzt nochmal mit dem C4 Gall angreifen. Mit dem hier blocke ich jetzt allerdings hier diesen Titanic Dingstar Boomstar. Der kriegt ja meine Katze nicht down. Ja, und dann muss er sich jetzt gewonnen haben. Oh, jetzt kommt er noch mal mit ein. Interessiert mich aber nicht, weil mein... Und ich muss wirklich nicht mehr. Weil ich kann jetzt mit dem hier angreifen. Und... Und damit bin ich durch. War relativ einfach, muss ich sagen. Nächster Sieg eingefahren. Easy as it is. So. Wieder zwei Karten. Was haben wir jetzt? Tactical Advantage. Target Blocking or Blocked Creature you control gets plus two, plus two onto. Geil. Also wenn ich angegriffen werde von der Kreatur, dann kann ich drei weiße Kreaturen mit Flieg, mit der Flugeigenschaft ins Spiel bringen. Okay, you're almost ready to take on anyone, including whoever roughed you up in the first place. Charm. Watch her every move and be ready for anything. Ja, das habe ich mir schon noch passiert. Kann ich gleich ausspielen. Du kommst mit irgendeiner Scheiße dann, ne? Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da irgendein Schwung kommt. Go on, attack me heißt für mich. Ich kriege wahrscheinlich jetzt den Frack voll, wenn ich dich angreife, ne? Kann das sein? Na, jetzt kommen sie wahrscheinlich hier mit diesem Fonte. Oh, schwarzes Deck, ja, okay. Ja, ist okay. Das ist halt Magic. Jetzt habe ich relativ viel, aber das ist auch nicht schlecht, sage ich mal, wenn du relativ viele, äh, Länder hast, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendein Fonte zu, oder? Das ist ein Flash. Kann jederzeit gespielt werden, okay. Nein, das habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, das ist jetzt allerdings hier ein ziemlich nerviges Ding hier. Jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir. Man kann auch immer nur ein einziges Land pro Runde ausspielen. Jetzt kommt der wieder mit seinem Schott an. Haben wir wenigstens überlebt jetzt mal eine Karte. Was noch? Na, okay, Alter, das repolt sich jetzt nur zwei Grad mit hinzu. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Ding hinbekommen, das ist richtig. Und jetzt kommt die mit irgendeinem Schrott wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal schauen, was da jetzt passiert. Alter, was ist denn das für eine Kacke jetzt hier? Kann ich blocken. Verarschen. Das Ding macht fünf Schaden und ich habe nur noch fünf Leben. ich kann wenn ich jetzt angreifen würde würde der danach dann bin ich fertig denn ich kann jetzt nichts machen der wird jetzt aber wahrscheinlich angreifen oder nicht damit rechnet dass ich hier plus 2 der greift jetzt an also jetzt muss erst mal hier mit dem blocken so und jetzt ein blocker also in der reihenfolge geht das jetzt alles klar und jetzt habe ich diese komische schrottkarte von den daun 66 damit ist denn nämlich ja das war clever so und jetzt greife ich natürlich an so jetzt immer schon einmal bei das kommt denn da hatte du nervst mich wie geht denn das jetzt jetzt habe ich die beiden daumen ok mal gucken wir was von einem schrotter jetzt von mir kriegst du keine gnade aber ich glaube dir auch nicht so fünf stück habe ich damit kann ich das ding hier ausspielen konfront der assault castes belloni für kreative attack in das wäre dann tatsächlich mein könnte man sie kommen wir wieder mit fleisch damit locken stehen lockt den lockt den und damit sind alle drei ja und jetzt habe ich also beziehungsweise die da oben jetzt habe ich eine 77 kann direkt angreifen und damit habe ich wenn da nicht noch irgendwas passiert ist geschafft so das war gut gelaufen so jetzt haben wir noch eine einzige inspiring commander das ist gut kriege ich eine karte und kriege ein leben mit hinzu wenn irgendeine kreatur mit weniger als zwei angreifen kenne ich auch noch von früher das auch geil der der kann angreifen und muss nicht getippt werden und fliegt sarah angel geil mega geil ich freue mich riesig darüber so letztes mädchen jetzt müssen wir den drachen dann noch platt machen meinst du Schauen wir mal, was passiert. Lasst das Match beginnen. Gegen Nicole Bolas. So. Ja, ich muss halt jetzt einplanen. Schaut mich von einem Plane jetzt hier. Was ist denn da oben? Volcanic Dragon, tatsächlich. Das ist verarschend. Okay. Der hat wehgetan. Power is the only thing that matters. There is nothing else. So. 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 ich werde jetzt mit dem angreifen und dann habe ich den schon immer da Oh, deswegen hat er das gemacht. Das ist natürlich mega assi jetzt hier. Er hat die Karte, alter Vater, er hat die Karte tatsächlich in die Graveyard gelegt, damit er sie dann aus dem Graveyard wieder rausholen kann. Das ist natürlich eine mega assi-Aktion jetzt gewesen. Alter Vater. Naja, was soll ich machen? Ich schreibe jetzt auch an. Du kannst ja eh gerade nicht blocken. Ja, ich weiß nicht, oh. Was soll der jetzt gemacht? Alter, der will sich verarschen. Ach, du Scheiße. So, und ja, was soll ich jetzt dagegen machen? Der Ball hat mich ja ohne Ende jetzt gerade weg hier. Sieben Karten. Ey. Alter Vater, sieben Karten. Willst du mich verarschen? Kann ich dein Ernst sein? Das ist ja wohl der Hammer. Das ist ja ein mega geiler Zug. Ja. Das ist ja wohl ein mega geiler Zug. Alter, ist das geil. No matter. Soon there will be nothing left of you either. Alter, das ist geil. Inspiring Commander, das Ding ist ja so geil. Mega nice. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Oh, ouch. Oh, 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 oh. Halt zurück, damit du dich vorbereiten kannst du für seinen Attacken. Nee, jetzt mache ich erst mal nichts. Oh Gott, der kann auch direkt dann pfeifen. Oh Gott, der kann auch direkt dann pfeifen. Ja, jetzt ist es natürlich geil, ne? Die kann ich jetzt nicht ausspielen, aber... Mit dem kann ich den blocken. Mit dem kann ich den blocken. Das würde voll und ganz reichen. Aber ich kann jetzt... Plus zwei, plus zwei bringt mir aktuell gar nichts. Oh, why hast du den downbekommen? Oh, such impudence. Ich greife jetzt erst mal gar nicht an, obwohl ich... Soll ich angreifen, könnte ich angreifen. Da könnte ich noch die Katze benutzen. Nee, ich greife jetzt nicht an. Ich mache No Attackers. Ich habe jetzt den Angel, ne? Oh, der kann aber auch fliegen. Alter, nein. 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 Ich muss erst mal was überlegen. Ich muss erst mal den da loswerden. Dann muss ich den da hinten noch blocken. Ja, und das war es. Jetzt erst mal zwei Blockers. Nein, wir machen das anders. Cancel. Doch, ich muss den... Ich hole mir den da erst mal. Weil der hier kann nicht fliegen. Doch, ich mache es so. Ich hole mir den da. Ich hole mir deine Atme. Ich hole mir. Und wir haben das sehr gut. Dad, nicht jetzt. Ich kann theoretisch, also wenn er mit dem angreift. Also ich muss es mal überlegen. Plus 3 plus 3 wäre 4, 5. Ich muss erstmal eine Runde warten. Let's finish it. Schauen wir uns erstmal, schauen wir uns erstmal, da ist der. Zwei Blockers, genau. Das ist es. Soll von mir aus angreifen. Ich mache jetzt aber mehr Schaden. Das hat er nämlich nicht mehr viele Leben. Mit dem Block ich den. Mit dem Block ich den. Und damit ist, würde ich mal sagen, der Vorteil auf meiner Seite. All Attackers, fertig. Wenn er jetzt nichts mehr machen kann, ist es fair. Ich bin so impressed. BAM! BAM! Oh ho ho ho. Woohoo! Das Dragon. Better think twice before he tries messing with you again. ja ich bin eigentlich weiß eigentlich früher habe ich gerne weiß und schwarz gespielt beides zusammen ich nehme den tactical assault das ist sowieso ein weißes deck also insofern passt am besten zu uns ich denke es passt am besten so das will ich jetzt gar nicht machen nämlich ist gar nicht machen weil was ich gerne machen möchte ist was ich euch gerne jetzt noch zeigen möchte also erst mal nach 20 25 jahren endlich wieder mal magic spielen ist mega cool und man muss hier in store rein was da gibt redeem code genau das werde ich euch gleich in einem anderen video zeigen wenn es euch gefallen hat dann lasst mal ein like und ein abo da ihr könnt ja mit mir zusammen lernen wie das spiel funktioniert ich bin mega gehypt das ist das jetzt wieder dass das jetzt in dieser form hier gibt ja also mega geil gemacht mega geile umsetzen ich glaube das ist die beste umsetzung sein land ja wenn es euch gefallen hat dann lasst man daumen nach oben da schreibt was ich mir da haben mit den kanalen scheiß ich mal wieder wenn es wieder heißt magic the gathering arena hier auf unserem kanal sofort gleich youtube haut rein ansprimische und abonniere anschaut ansprim� ansprim�